Du bist einer Kaffee, du hast zu mir gesagt Stempel. Ja, ist ja beides das gleiche. Ach, ach, palapapap. Guck mal hier unten, da muss ein Zentimeter weg. Lied mal einmal her, ich glaube nicht mehr. So ist er schon da. Hört gar nicht so gut auf. Kannst du oder soll ich wegnehmen? Dann brauchen wir da nämlich gar nichts von abschlagen. Das ist das Beste. Müssen wir mal gucken. Kannst du ein Tor durchschießen? Ja, nee, dann...